Musik Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Hitman Absolution Soho Jetzt nehmen wir uns erstmal hier die ganzen geilen Waffen Ja nehmen wir uns einfach mal Oder? Ich weiß nicht was davon besser ist Nehmen wir uns einfach mal die Die Fenster klettern Ok da kann man vielleicht mal ein bisschen Außenrum einfach mal versuchen lang zu lauten zu lautschen Ziegelsteine in Bommel So ne? Wir betrachten nur die Sachen Oh 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 Der kam genau dann als ich da durchführe Oh halt dass der uns nicht gesehen hat Fuck 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 Okay hinten ist ne Kiste falls wir das loswerden wollen Jetzt läuft's doch ganz gut Man muss doch nicht immer gleich alle abschießen und töten Solange es jetzt hier noch ruhig ist What the fuck Was ist das denn? An Sarg Nice Der sieht nicht aus Nice Das hat mich kein anderer gemerkt Okay nice 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 Das ist nice Aber der musste weg War eh relativ knapp mit dem Ja Läuft gut Läuft gut Läuft gut Komm Nein Na okay schießt mich abgefahren Nein Nein Ich schau nur was wir hier noch Oh komm schon Es hätte echt Nicht mehr viel gefehlt Da hat mir einer gesehen Okay aber das kann man schaffen So Verkleiden uns erstmal So Komm Jetzt verkleide ich halt Ja Schlepp man den einfach mal ein bisschen weg So Dass der nicht ganz so auffällig hier rumliegt Wir wollen nicht früher Äh Erkannt werden Als nötig Nein du sollst ja durchgehen So Gut natürlich einfach gucken Ob er den hier So Legos werden Ja klar Na lala Komm verlassen Alter Das wäre natürlich schon nice Wenn wir die jetzt einfach alle fertig machen könnten So Gott Die Steuerung ist doch so schwammig Komm Jetzt machen wir mal hier So Sieben Jetzt sind wir mal kurz zu Sniper Okay Hey Hey Na Gott Das ist doch alles voll für den Arsch Jetzt geh doch weiter Du Homo Ganz ehrlich Das Schloss knacken müssen wir auch noch Nee man Das ist doch echt voll für den Arsch man Wir laufen da durch Oh Gott Okay Wir machen jetzt einfach so wie wir es Ähm Vor zwei Runden hatten Komm her Ich weiß dass du kommst Wow Der hat uns Ververver Ja klar Und jetzt sieht der Jetzt sieht natürlich Ein nächster das So komm rein Scheißkerl Komm rein Trau dich komm Ich seh deine Waffe Bitte wiederholen Sie das Zentrale Boah Habe ich dem genau ins Maul getroffen Oder sah das nur so aus Oh ich dachte Der sticht wieder auf Haha So Jetzt verkleide ich halt So Gott Da sind es jetzt halt schon Zwei weniger Auch gut Einer weniger Der mir nachher Auf die Nüsse gehen kann Ganz ehrlich Wir nehmen jetzt natürlich Hier mal die F-Agentur Die F-Agentur Auf F die Agentur So Weiter geht's ja Schicht im Schachtbach Gott Wieso müssen das so Fuck viele da sein Alter wir müssen jetzt Einfach eine Granate Da reinwerfen Oh wie nice werden das Weiß nicht Könnt natürlich auch Einfach dann da Wenn wir die wieder Die Gelegenheit haben Werden wir mal nicht mehr haben Ähm Dingens machen Einfach zielen Weiß schon Mit Instinkt halt Auf jeden Fall nicht leicht Das will ich mal dazu sagen So verstecke ich die Waffe Genau Wenn du mich fragst Ist Travis eine tickende Zeitbombe Ist nur eine Frage der Zeit Bis ihn abservieren Okay Der raucht da hinten Gott ich hoffe man Der sieht das nicht Doch Klar sieht er das Aber er kommt jetzt her Und dann kann ich ihn auch Noch fertig machen Hoffentlich sieht das da An wieder keiner Weil das ist dann So eine ewig lange Kettenreaktion Natürlich Wer hat euch ausgebildet So Da steht ja einer Ist ja beim nächsten Der da Oder warte Der der mit lang gelaufen ist Okay der ist weg Ein Buch Ne ich brauche kein Buch Mehr noch eine Waffe So Da hinten Was ist hier eigentlich Ist gar nichts Einfach nur ein Raum Wo man sich aufhalten kann Auch nice Oh oh Da kommen wir nur ein paar Wohin lauf Lauf Läuft 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 So Da sind die Die coole Dreiergang Alter Nein oder Die bleiben jetzt Ja nicht so stehen Nein 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 Und der kommt jetzt auch nicht Nein der kommt nicht Aber der kommt vielleicht her Okay Wieso geht denn der da hin Hätten wir da irgendwas Trinken Weiß nicht Aber jetzt sind die weg Verdammt 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 Okay okay Jetzt gucken wir mal durch Wir brauchen eigentlich keine Heilung So ich hoffe mir jetzt Sieht mich keiner Okay Bitte Sir Lassen Sie die Fakten Okay Okay Fuck Jetzt muss ich zwei hier erstmal wegbringen Fuck Nein oder Aber nice Da kann ich durchschießen Da nicht durch Bei die leider auch Diese Scheiß Wixer Vom Erzählte Den Sneakern ist ja Das wird mir auch Voll viel bringen Wer schießt denn da Von der Seite Dass man nicht trifft Mann Da hinten ist nur ein Homo Mann Komm So Snipern bringt mich Wahrscheinlich auch nicht Viel Naja Warte mal Ich Häus erstmal Alle Andere Muni Mech Ich nutze mal die Die ich gefunden hab Schauen wie die ist Geht schon ab Irgendwie Aber Gott Die treffen wir mal nicht Ich schieße auf einmal Irgendwie auf die Beine Ich bin gleich wieder weg Mann Scheiße Bei mir auch Stirb halt Mann Gott Wie viele Scheißkugeln Hab ich auf dem Mitte angewendet Und er stirbt nicht Es gibt's doch nicht Oh fuck Direkt 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 Und Boom Jetzt Was mach ich denn Okay Okay War natürlich jetzt sehr schlau von mir Aber es sind nur 2, 3 Die jetzt natürlich zu den anderen zurückrennen, oder? Ja, Timer ist abgelaufen Wow, schön Das ist doch alles voll für den Arsch, man Jetzt spielen wir wie viele scheiß Parts Hier schon an diesem einen An diesem einen Friedhof-Ding hier Naja, egal Ich hoffe, es war euch trotzdem gefallen Wir sehen uns beim nächsten Part Bis dahin Und ja Servus